Ich glaube Battlefield 2042 war dann noch mit das Beste irgendwie. Ich finde es auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also wir haben viel dran gemacht, wenn das damals vor fast zwei Jahren so rausgekommen wäre, wie es jetzt ist. Im Dezember wieder, Sveni. Denke ich auch. Das werden wir wohl durchhalten. Ich meine, jetzt haben wir vielleicht noch eine kleine Durststrecke. Solange mir jetzt noch Sommer ist und vielleicht doch nochmal schönes Wetter, dass ich halt dann auch mit dem Bike noch viel unterwegs bin. Oder dass wir am Wochenende halt auch mal nochmal das Wochenende im Garten verbringen. Aber wie gesagt, ich muss es nicht so übertreiben wie am Anfang des Jahres, wo ich Januar, Februar gesuchtet habe wie so ein Vollidiot und dann hatte ich keine Lust mehr. Das bringt ja auch nichts. Lieber kontinuierlich dafür am Ball bleiben. Kleiner Start-Up drin. Um es mal mit den englischen Fachbegriffen hier um mich zu schmeißen, als hätte ich Plan. Es wird wohl wahrscheinlich jetzt erst mal wieder ein Hotspot sein da unten. Jägers Treckslocken. Jägers Camp. Alter, das sieht ja gar nicht aus wie ein Camp. Da steht ein Hochsitz. Oder war da auch ein Zelt? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ja, schießt ihr da ruhig mal. Schießen sich im User Camp die Päppe ein. Da hinten ist ein Stretch. Da war doch einer irgendwo. Aber das ist wahrscheinlich auch random irgendwo anders hinspaziert. Der hat ja direkt kassiert, aber. Das packt nicht nach Sonnenschein. Ich bin ein Vieh. Ich bin ein Vieh. Was geht denn hier ab, Alter, sag mal? Ich bin ein Vieh. Der kotzt. Der kotzt. Der wird richtig pröckeln, Alter. Nicht, dass ich auch noch pröckle. So, wartet mal. Ich muss mich mal... ...ein bisschen sammeln. ... 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 Diese blöde Brille, die geht mir auch auf den Keks. Aber die brauchst du mal irgendwann für eine Quest. Stehe ich noch unter Strom. 91 Sekunden noch. Noch mal kurz zusammenflicken. Nummer 1. Nimm einen Keks. Nimm einen Türen. Nimm einen Türen. Nimm einen Türen. Nimm einen Türen. Sollte gleich die Stunde der Wahrheit. Ich schätze mal hinten. Wie heißt das? Roadblock oder Roadblock oder sowas? Dürfte wieder Exit sein. Okay. Aber nicht übel. Das war eine Mine, oder? Eine Mine. Oh, dunkel wie ein Bärenarsch. Oh, Motor. Könnte ich sogar mitbekommen. Ich sehe nichts. Noch ein Motor. Könnte ich sogar mitbekommen. Das weg. Das weg. Was haben wir sonst noch? Nö, ich mache mich raus. Was haben wir hier? Wer ist? Oh, das steht noch. Da steht noch Gas. Also, wie sagt man? Benzin. Aber ich habe zwei Gas Analyzer. Geil. Ich freue mich. So. war. Das war's. Dass ich gerade mit einem Motor. Bis zum nächsten Mal.